Mein Name ist Steffen Thun. Ich studiere Musikdesign und arbeite seit kurzem als Filmmusikassistent in Hollywood. Ich habe an der Trossinger Musikhochschule 2010 im Gründungsjahr des Studiengangs angefangen und habe mich seitdem vor allem auf Musikkomposition und Produktion im Medienbereich spezialisiert. Vor allem das Arbeiten mit Filmen war mir immer sehr wichtig und was ich an Musikdesign auch interessant finde, ist, dass es nicht bloß um Komposition, sondern um Klanggestaltung im Allgemeinen geht. Musikdesign war für mich der Einstieg in die professionelle Audioproduktion. Ich habe dort im Studium alle wichtigen Basics gelernt, wie zum Beispiel Musikdesign, Musiktheorie, Instrumentierung oder Sounddesign. Durch das Partnerschaftsprogramm der Musikhochschule Trossingen hatte ich außerdem die Möglichkeit, ein Auslandsjahr an der California State University Norwich zu verbringen und konnte mich dort weiter in die Film- und Medienmusik vertiefen. Ich konnte dort außerdem wertvolle Kontakte in die Filmindustrie knüpfen und bin so letztendlich auch zu einer Assistenzstelle bei Remote Control, der Produktionsfirma von Hans Zimmer, gekommen, was ich ehrlich gesagt nie erwartet hätte. Bei Remote Control hat mich vor allem auch das Komponieren unter Zeitdruck sehr beeindruckt, was ich auch gerne zum Thema meiner Bachelorarbeit machen möchte. Den Bachelor schließe ich dann im Sommer 2015 in Trossingen ab. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020